Hallo zusammen, ich bin Alessandro und das ist Sedi und wir sind zusammen von Potio. Wir haben einen Weg gefunden, wie man umweltfreundlich und mit minimalem Zucker einen Softdrink konsumieren kann, und zwar in unseren neuen Trinkflaschen. Wir haben einen Prototyp entwickelt, der funktioniert und wollen am Schluss so ein Endprodukt auf den Markt bringen. Aber wie funktioniert das genau? Wenn ihr einen Softdrink aus unseren Flaschen trinkt, habt ihr einen minimalen Zucker geholt mit einem maximalen Geschmackserlebnis. Und ihr produziert keinen Abfall, denn alles, was ein Weg ist, kann man zu 100% recyceln. Diese Flasche ist wiederverwendbar und hat eine Kapsel. Sie ist ganz easy, um sie zu benutzen. Wenn ihr die Flasche aufschraubt, könnt ihr hier draussen Wasser reinfüllen, Wasserhahnen von einer Brunnen, wie ihr wollt. Aber um den Geschmack des Softdrinks braucht ihr dann auch die Softdrink-Kapseln. Tönt ihr das rein, habt das Wasser drin, schraubt es zu und trinkt aus den Flaschen. Das ist alles, was ihr machen wollt. Das wollt ihr ja auch, einfach einen Softdrink geniessen. Unsere Flasche ist so konzipiert, dass sie den Sirup mit dem Wasser nicht einfach mischt. Nein, der Sirup wird direkt auf eure Zunge gespritzt. Und zwar über das System hier. Aus einem kleinen Loch in der Mitte kommt der Sirup direkt auf eure Zunge und tut eure Geschmacksknospen ideal stimulieren. Und so haben wir ein super Geschmackserlebnis mit einem minimalen Zucker. Und durch das können wir euch ein Gehirn austricksen. Wenn du normalerweise einen Sirup trinkst, dann nimmst du auch ein Glas, dann tust du das Sirup rein und dann führst du das Glas mit Wasser auf und rührst das und dann hast du eine homogene Lösung. Aber wie? Bei unseren Flaschen trinkst du den Sirup eigentlich pur, aber nur mega wenig von dem Sirup. Und zwar ganz am Anfang, dass du einen Zuckerboost überkommst. Und erst wenn du den Zuckerboost hast, kommt dann ganz schnell Wasser in deinem Mund. Und das Wasser ist eigentlich nur noch da, um deinen Durst zu löschen. Und das wiederholt sich mit jedem Schluck, was du dieser Flasche nimmst. Im Vergleich zu einer Gocci konsumierst du 30% weniger Zucker im Moment. Aber wir sind ein Start-up, wir sind an der Entwicklung, wir verbessern uns stetig und wir wollen bis zu 50% Zuckerreduktion erreichen. Man kann selbstverständlich auch Mineralwasser in die Flasche reinnehmen und den Softdrink auch mit dem sprudelnden Erlebnis geniessen. Die Kohlensäure kommt nicht aus unserer Flasche raus, weil wir einen Deckel darauf haben, wo sie zuschrauben kann. So bleibt sie auch dicht und es läuft nirgendwo Wasser oder Softdrink aus. Unser Ziel ist, nächstes Jahr ein Produkt in allen Retail-Läden in der Schweiz zu verkaufen. Im Laden kannst du natürlich auch eine Kapsel kaufen. Der Sinn ist ja, dass du die Flasche nachher rumtreibst mit dir und möglichst lange benutzt, damit du möglichst wenig Abfall produzierst und du dann einen Durst hast, in einem Retailer in der Schweiz kannst du dir eine Kapsel kaufen und dir die Flasche rein und los trinken. Wir wünschen euch viel Spass bei Goodies anschauen auf unserer Crowdify, unserer Crowdfunding Homepage und natürlich noch viel mehr Spass, wenn ihr nächstes Jahr die Flasche rauskommt und einfach eure Softdrink mit minimalem Zucker geniessen könnt. Und wenn ihr Fragen habt oder irgendetwas wollt wissen, könnt ihr uns jederzeit kontaktieren. Wir freuen uns auf jede Kontaktaufnahme.